Musik 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 Alter, bist du in der Nacht? Das ist so süß Alter Alter Jetzt muss ich in die Wäsche Guten Tag Leute Und willkommen zu einem weiteren Daily Video von mir Ich und Laura sitzen hier wieder gemütlich auf meinem Sofa Ja immer wenn ich ein Video mit Laura drehe Dann sitzen wir hier immer auf meinem Sofa, ganz komisch Auf jeden Fall, ihr seht es schon an dieser Box Leute, ihr seht es schon an meinem Titel, ihr seht es in meinem Thumbnail Wir machen heute die Challenge Was ist in der Box Challenge Und ja, wir haben hier extra schon meinen Schal So zur Tarnung hingelegt Weil die Box ist etwas klein Als die Box von den anderen Ich bin ein bisschen spät dran mit der Challenge Weil Italisch ist locker schon zwei Jahre alt Oder so, aber egal Hast du auch irgendwas zu sagen? Willst du Hallo sagen? Nein Oder so, gar nichts Ich bin ja noch voll verstrahlt für gerade eben Ich würde sagen, ne? Wer fängt an? Wer fängt von uns an? Ich will es erst fühlen Du willst fühlen? Okay, ja Dann fangen wir jetzt mit dem ersten Ding-Teil an Let's go Okay, dann musst du dich jetzt aber umdrehen Weil sonst siehst du das Ist das überhaupt so, dass ein Ende kommen muss? Okay, ja Du darfst Scheiße, ich hab dein Bildschirm nicht umgedreht Okay, ja Also, was macht denn der Gewinner? Ist noch der Verlierer? Oder ist egal Ist egal Ich hab Angst Schöne ich hab Angst Aber das ist nichts Unbendiges oder so, ne? Hä? Das ist ein Kampf Oh Mann Alter, was? Ich dachte, du hast jetzt so volle Angst und so Das hat sich komisch angefühlt Du hast ja voll schnell rausgefunden Voll schnell Ja, okay, wir machen jetzt abwechseln Also, jetzt musst du jetzt ein Teil holen Für Angst Darf ich? Ja Okay Du musst so zu bleiben Das ist Kira Das ist Kira Das ist Kira Hallo Ich feiere das einfach mega Oh Mann Ich hab's direkt gemäht Okay Jetzt bin ich wieder dran Ja Voll Angst, ey Ich mag sowas gar nicht Ist das was Schlimmes? Nein Alter Ohne Scheiß Ich will nicht Ich will nicht Ich will nicht Iiiiih Oh mein Gott Iiiiih Das ist Schüssel auf jeden Fall Alter, das ist nicht dein Kaktus, oder? Das ist so verarschend Alter, ich hab das jetzt so in den Kopf erkannt Ist das echt? Du bist verbindert, ich fasst dir noch jetzt nicht an Hast du nicht mal die Spitze angepasst? Oh Mann, meine Sachen sind voll schnell Du musst jetzt irgendwas krasses holen Wir haben das bis jetzt beide erraten, ne? Ja, du musst jetzt irgendwas krasses holen, komm Okay Tut's weh? Nein Okay Oh ne, jetzt hab ich richtig Angst Ey, wenn das weh tut, ne? Ich hab voll Angst Hast du verriert? Nein Was ist das? Iiiih, das wird sich voll haarig an Was ist das? Das ist ne Kiwi Das ist ne Kiwi Ja Alter, ich hab mich jetzt voll erschrocken, weil das so haarig war Toll, jetzt hast du es wieder erraten Okay, ich hab noch eine richtig coole Sache, okay? Ich bin dran Okay Glaubst du, ich errate das? Keine Ahnung Das war nicht so gefährlich Ist sowas Nein Was ist das? Hä, warte mal, da sind sie voll egelig an Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was? Boah, das ist immer nicht eklig, oder? Nee Das ist ein Dampfung Boah, ich hab's so gedrückt und dachte so Das ist ein Dampfung Boah, ich hab's so gedrückt und dachte so Das ist ein Dampfung Boah, das ist so eklig Hallo 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 Okay, jetzt darf noch Laura ein allerletztes Mal Boah Let's go Okay Ich hab Angst Ich muss dich richtig langsam anpassen Boah, das ist nass Boah, das ist ja wie so ein abgehackter Finger Waaaaaah Boah, was ist da? Boah, das ist aber mega eklig Riech mal so an, an den Fingern. Riech mal. Was ist das? Er riechst es nicht. Ja, das riecht nach Salat oder Sauerkraut. Ja, es fühlt sich an, als hätte... Es ist eine Gurke. Eine Dings. Waaah, ich wusste es. Okay, Leute. Ich will sagen, das war uns auch schon wieder mit diesem Video. Ja, wir haben es auf jeden Fall hier professionell versucht. Egal. Also, ich habe alle drei Sachen erraten, ne? Und du hast auch alle drei, ne? Ja, okay, ja, dann haben wir keinen Verlierer. Aber wenn ihr noch ein zweites Teil haben wollt, dann schreibt es doch gerne in den Kommentar, oder? Stimmt mal hier oben ab, über Loras Kopf, da kommt jetzt so eine Abstimmung. Ja, Laura, willst du den Zuschauern noch was sagen? Fragt mir auf YouTube. Wenn du noch kein Abo da gelassen hast, solltest du jetzt gerne ein Abo da. Und wenn da ein Teil von der kommt, jetzt... It's Miami. Ja! Wir sind uns morgen wieder. Es lohnt sich zu abonnieren. Und 2020 wird heftig. Tschüss. Tschüss! Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich